Guten Tag, ich bin Harald Meier von ZAU und wir haben hier die Pokémon-Gruppe Pogots ZAU, das heisst Pokémon GO ZAU und wir möchten euch das gerne ein bisschen vorstellen. Wir haben uns beim Willisauer-Bot gemeldet, weil wir das Gefühl haben, es ist etwas Interessantes für Familien, die hier vorspielen wollen oder für Spieler, die schon spielen, aber nicht wissen, dass es so Communities gibt. Was Spass macht am Pokémon GO ist, dass man es als Familie, von klein bis alt, zusammenspielen kann. Man geht raus, hat doch noch das Online-Game. Die Mischung macht es eigentlich aus. So eine Gruppe Gründer ist eigentlich relativ einfach. Es braucht ein bisschen Enthusiasmus. Man muss eine Pokémon-App herunterladen, eine Campfire-App herunterladen und dann kann man eigentlich loslegen. Da gibt es Arbeit und Leute suchen, die mitmachen. Da geht es nicht. Klingel